10 Facts Also sogar ein Gewinn Hey nice, komm ein neuer please Naja, wenn man Zylolisis heißt Kann man von Leben auch nicht viel erwarten Wird kaum wieder im Schaden Okay, sie ist hier schon Boss dabei Ja, ich denke schon Ich hab die auch gefühlt So ist es, ja Okay Ist ja Boss macht Mana Wärme, oder? Wird ich mal was klar sind Damit ich noch einen Charge rauskitzeln kann Ach Oh, Hammer des Zolls Pst 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 Ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe, ob ich das nicht verletzt habe. Das war's. Ich habe den Schmarrn gebetet, ich habe den Schmarrn gebetet. mein gesamtes leben auf youtube zu finden ich habe auch schon gedacht nein let's play weird life die sehne und dann zeigt man so über so reisen weißt du wie man da und da ist alles so ziemlich ausführlich das sieht man doch nur hier ist Scooby, jetzt sind sie auf ne Wiener Party und wie ich da irgendwas verkomme ok, das ist doch so witzig wenn du zu spielen in Wien waren da wolltest du mich auf ne Messe bringen diese Messe stellte sich als kleine die Familienfeier raus das andere beschlossene gesagt, nicht mal in Wasser hast du sie bekommen obwohl die Leute haben es teilweise sollst du euch schnell so gut sein kann man ahnen, dass es keine Messe ist ich meine der Barkeeper war auch der Einzige, der wusste dass wir nicht zur Familie gehören die Familie an sich war es ziemlich humper ach, wäre schön gewesen wollen die Leute jetzt erst noch Arena machen? schau mal ach, da ist ja auch dieser andere Boss das steht immer noch auf das steht immer noch auf da ist das doppelt so viel DPS wie der Priest und wir haben wieder mal einen fünften Mann auch einen Priest, der nicht präsent ist bei mir macht der eine Priest 120 DPS das ist der andere 132 und ich mach 170 ja, aber ich hab das jetzt nur vom letzten Kampf genommen und du machst 360 und, ah ne, du machst 361 und der Hunter macht 363 aber insgesamt weniger Chance mach immerhin fast die Hälfte das ist ja das Gesamtding, oder? ja da kommt die Skopanz die Opportunität wo ist er? oh das ist er hier, Leute wo ist diesmal ein Skorpion? der macht nur 1600 Schaden nein, das ist nicht so viel komm, den kicken wir mal da ist er wegen des Kamps nie mehr wie ist denn der letzte gestorben? er hat ein paar Mops gepullt ach das ist ein Experte oh, ich freu mich so auf Singsland ich freu mich so auf Arena das dauert noch ein bisschen ach 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 Vielen Dank. Nice Ach, Stärke mehr Bärenbeute verteilen Warte mal mit Kampf Ich will ihn als gekickt sehen Nach Abschluss der Instanz Oh, mein Gott Ja, wenigstens ist der Plan Wenn ich komplett quer stelle, weil ich mach da jetzt ein bisschen damit Er hat 1600 Damage Er ist ja auch nur kurz Nur da gewesen und dann auf Kabel Ja, ist eine gute Entschuldigung Ach, ja, komm Ja, ich bin ein bisschen Ich glaube, wie ein guter Freund von uns auch sagen würde, besser als nichts. Das stimmt. Ah, jetzt babbelt er nicht, fast nicht. Tja. 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 Okay, bleibt eigentlich schon ziemlich im Baum. Wieviel brauchst du noch zum Level Up? Ich bin noch 32% davon entfernt. Nice. Was ist mit Mane passiert? Ich hab ihn drangen genommen. Bitte? Gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich hab ihn drangen genommen. Irgendeiner hat Mane gemacht. Warte mal kurz. Schlag mich kurz auf. Kann weiter gehen. Ich möchte betonen, dass hier nur so ein Desaster geworden ist, weil ich nicht gefrügt habe. Ich möchte betonen, dass ich nur gerade kein Damage mache, weil ich Mana sammle. Okay, haben wir ja beide gute Ausreden. Haben wir das zu uns? Oh. Aber das exorziert was ist. Haben wir das zu uns? Okay, wir müssen noch mal zuerst den Mob gucken. Das ist weise. Ich hab was im Internet. Das Fernsehen bildet mein Mann. Beispiel Kochen, Kindererziehung, Lockerungen. Ich schlafe auch immer. Wenn du nicht zwei Stunden am Termin ins Fernsehen guckst, bist du blöde. Kannst du nicht mehr mitreden. In der High Society. Ach komm, das heißt doch. Nehmen wir was. Nehmen wir ein Bier. Das ist ein Jura-Buch, das ich hab. Das ist vom Springer Verlag. Ich dachte natürlich, der Verlag, der die Bild-Zeitung macht. Das ist ja der Axel-Springer. Das ist ja der Axel-Springer.